Es war ein wundervoller Nacht mit Takimai, als Marilia ihren Großvater besuchte, für eine prächtige Finca, dein eigener Name, Finca, die hieß der Grande Leer, Valentina. Verspielte es durch die langen Traditionen zu sendern, weil es sich an eine Tür kam, die sie mir zuvor gesehen hatte. Neugierig und nicht ahnend ging mir das Stückchen näher und öffnete die Tür. Was ist denn das furchtbare? Was ist denn das furchtbare? Was ist denn das furchtbare? Kannst du mal in den Kommen? Was ist denn das furchtbare? Mein Name ist Juan Zinklade, Geisterjäger. Mein Name ist Margaret. Geist als Jäger! Mein Name ist Margaret. Mein Name ist Margaret. Margaret. Geist als Jäger! Geist als Jäger! Socorro Mein Name ist Juan T. Schwaal Fester-Jäger Mein Name ist Juan T. Klaus So dein Business Fester-Jäger Ich spieg das hier aus durch meine Giespensperrager Und ich erledige die meine Latsche Dämonen, ein schön! Mein Name ist Juan Stiglade! Geist der Jäger! Mein Beruf, mein Berufsliste! Geist der Jäger! Ey, du dämliches Gespänze! Kannst du mir sagen, was du hier tust? Ja, was sagen Sie? Reden Sie mit mir? Entschuldigung, ich hab Urlaub! Was ist denn das für ein unsinnig dämlicher Akzent? Ja, so rede ich immer! Ich bin halt nicht von hier! Ich bin ein zahliger Tourist! Zwei Wochen Anfang schon im Voraus gebucht! Und was ist das überhaupt nur ein niedriges Lagen, was du da trägst? Ich kriege das Handarbeit aus den Benzinerzahlen! Siehst du diese große Pfanne wie Paella? Auch Hand gehämmert, ja! Weißt du, was ich mit dieser machen? Ja, Paella, oder? Ich stecke dir den langen Holzgriff in dein Gefänzter an! Ja, Paella, oder? Nein! Aua! Jetzt passiert die E per Pissimu! Nein, ich geh zurück! Nein, ich treche auf, oh, sie ist gemeiner Mensch! Und so war der Friede wieder hergestellt auf der Finca des Isles Grande del Valencia. Marias Großvater ließ es feuerlich verlaufen. Und so war der Friede wieder hergestellt auf der Finca des Isles Grande del Valencia. Und so war der Friede wieder hergestellt auf der Finca des Isles Grande del Valencia. Ich fand ihr Vertrauen. Maria kann tanzen Nachttl in die Pfanne von die Paella. Quand im Klares waren verpluft, verpluft, verpluft und die Finca des Isles Grande del Valencia war kunderbar. Überwuchsen L���ode in Bäume. OLE! Ole! Große Olose. Und es flogen Entlei. Und aus der Ferne hörte man eine Fiesta. Und Maria, sie war jung, sie war schön. Sie hatte große Lachen gedacht. Aber sie konnte tante Nacken die Pfanne von die Paella. Aber die Arbeit eines Geisterjägers ist niemals vollbracht. Ole! Möge Staunten Und sie Die In Oh 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 Oh